Dein Partner verstirbt und die Versicherung zahlt nicht. Heute soll es in diesem Video um dieses schwierige Thema totgehen. Es geht darum, dass bei Versicherungen man im Vorhinein so einiges beachten muss, damit im schlimmen Fall der Fälle alles glatt läuft und nicht noch mit den Versicherungen viel Theater entsteht. Damit möchte ich dich in diesem Video für sensibilisieren, dass du das Ganze frühzeitig beachtest und dieses schwierige Thema nicht einfach nur wegschiebst. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist David Tappe und ich bin seit über 14 Jahren Experte für das Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Geldanlagen. Ähnlich wie ein Steuerberater oder Anwalt bin ich als unabhängiger Honorar-Finanzanlagenberater tätig. Das heißt, seit vielen Jahren kommen Menschen auf mich zu mit den verschiedensten Renten- und Lebensversicherungsverträgen rund um das Thema Altersvorsorge und Vermögensaufbau und immer mit der Frage verbunden, ob es sich lohnt, daran festzuhalten oder ob es andere, bessere Alternativen gibt. Und das Thema Todesfall ist hier und da immer wieder mal präsent. Der ein oder andere hat es erlebt in seinem Umfeld, in seiner Familie und dann ist das natürlich irgendwo auf dem persönlichen Radar etwas höher gerückt und spricht dann auch mit mir darüber. Das Thema Todesfall wollen wir im Grunde genommen eigentlich alle nicht so gerne wahrhaben. Wir verdrängen es, wir beschäftigen uns ungerne damit, aber letztendlich gehört es zum Leben dazu. Über die Jahre habe ich es leider das ein oder andere Mal miterleben, mitbegleiten müssen. Der schlimme Fall ist eingetreten, es ist plötzlich nur noch ein Partner übrig. Und dann ist es oft so, dass eben nicht entsprechend vorbereitet worden ist und dann ein großes Suchen an Unterlagen, an Belegen und an Dokumenten stattfinden muss. Und dann ist eben natürlich neben dem ganzen emotionalen Schmerz noch viel Auseinandersetzungen, viel Schriftverkehr und viel Aufwand mit verschiedensten Versicherungen erforderlich. Und das muss nicht sein. Es gibt eine wesentlich bessere Möglichkeit. Wenn du bei deinen Verträgen, die du möglicherweise hast, und da gibt es eine ganze Reihe von der gesetzlichen Rente angefangen, über die Basisrente, die Riester-Rente, die betriebliche Altersvorsorge, private Rentenversicherungsverträge, Bausparverträge, bis hin zu Kreditverträgen für dein Haus, vielleicht dein Auto und eben aber auch dein Girokonto, dein Tagesgeld, vielleicht Beteiligungen an Unternehmen, die du hältst. Es gibt unglaublich viele Finanzkonstrukte, die im Todesfall auf den Tisch gehören. Spätestens dann. Und dann gilt es immer herauszufinden, wo stecken noch welche Verpflichtungen drin, wo hat man noch Forderungen, wo bekommt man Geld. Vielleicht hast du auch speziell für dich und deinen Partner eine sogenannte Risiko-Lebensversicherung abgeschlossen, die im Todesfall eben dann eine gewisse Summe x auszahlen soll. Auch hier sind uns leider Fälle bekannt, wo obwohl der Todesfall eingetreten ist, den man ja ziemlich klar definieren kann, durch den Totenschein, muss die Versicherung dann zahlen. Wenn es Versicherungen gab, die eben nicht ausgezahlt haben, weil laut Bedingungen die Todesfallursache nicht versichert ist. Das heißt, es gibt Versicherungsverträge, die einzig und allein das Risiko Todesfall absichern und dann tritt der Todesfall ein und dann zahlen sie unter Umständen nicht, weil der Todesfall zum Beispiel nicht versichert ist. Da muss man ganz genau hingucken und natürlich schon bei Vertragsabschluss darauf achten, dass man hier auch wirklich alles abgesichert hat und die Versicherung sich im Falle des Falles nicht um eine unter Umständen mehrere hunderttausend Euro Auszahlung winden kann. Damit du dann nicht noch anwaltlich, rechtlich dagegen vorgehen musst, musst du dich natürlich im Vorhinein damit auseinandersetzen. Was kannst du jetzt tun, wenn du das Ganze hörst? Also zunächst einmal solltest du das Thema sachlich betrachten. Schieb deine Emotionen, soweit das irgendwo geht, rund um dieses Thema auf die Seite. Es geht nicht darum, dass du dich jetzt hier in irgendwelche dramatischen Sachen reinsteigerst. Es geht einfach darum, dass du gemeinsam mit deinem Partner, ganz wichtig, gemeinsam einmal Klarheit darüber gewinnst, welche Verträge habt ihr eigentlich, wo steckt Geld, wo stecken eventuelle gewisse Forderungen oder auch Verbindlichkeiten, die noch weiterhin zu erfüllen sind und dass man sich gemeinsam darüber die Klarheit verschafft, was ist im Extremfall, an wen wendet man sich, wer ist Ansprechpartner, was braucht diese Person und was ist letztendlich für den Hinterbliebenen dort noch zu holen bzw. zu erledigen. Das sind Dinge, die man mit klarem und ruhigem Verstand natürlich vorher alle regeln sollte. Und das ist auch der Appell meines Videos. Mach dich nicht verrückt, aber setze dich damit auseinander, nimm deinen Partner und geht einmal gemeinsam alles durch. Und wenn das alles vernünftig einmal aufgearbeitet ist, vielleicht wirst du den einen oder anderen Fehler möglicherweise finden in deinen Unterlagen bezüglich dieses Themas. Dann sollte man natürlich da rangehen und das entsprechend reparieren. Und am Ende des Tages sollte es so sein, dass alles ordentlich ist, dass zu jedem einzelnen Vertrag ein ganz kurzer Actionplan existiert, wo man sieht, was ist jetzt zu tun, wenn dieser extrem schlimme Fall eben eintritt. Ich gebe dir gerne auch noch mit auf den Weg. Es gibt Verträge, die zahlen tatsächlich eine einzige Summe im Todesfall aus, eine Todesfallleistung. Dann gibt es andere Verträge, die zum Beispiel eine monatliche Rente auszahlen mit dem Eintritt des Todes an den Partnern, gibt es eine monatliche lebenslange Rente. Und dann gibt es wieder andere, die zahlen überhaupt nichts aus. Und auch da muss man natürlich achten, dass man hier eventuell im Vorhinein schon darüber nachdenkt, ob das überhaupt gewollt ist. Es gibt Vertragsarten, wo man, obwohl man in einer Beziehung ist, verheiratet ist, vielleicht auch Kinder hat, entsprechend einzahlt und im Todesfall die Familie leer ausgeht. Das sind Dinge, die können unter Umständen Sinn machen, wenn man über andere Stellen sich zum Beispiel abgesichert hat und diese Todesfallleistung bewusst außen vor lässt. Du merkst also, es gibt extrem viele Details, die man hier kennen muss, damit man das Ganze richtig berücksichtigt. Es ist also für ein Video ein bisschen komplex und etwas zu schwierig, um dir das jetzt hier in jeder Facette zu erklären. Was ich dir anbieten kann, ist, buch dir gerne mal einen kostenlosen ersten Termin mit uns. Geh mal auf www.tappeconsulting.de. Den Link findest du auch unten in der Beschreibung. Und dann mach es einfach wie Hunderte, wie Tausende vor dir auch. Buch dir einen kostenlosen ersten Termin. Lass uns mal gemeinsam kennenlernen und auf deine Unterlagen gucken, auf deine Verträge und herausfinden, wie das Thema Todesfallschutz bei dir konkret geregelt ist und ob das mit deinen Bedürfnissen übereinstimmt. Und dann können wir das gerne einmal sauber verschriftlichen, was du wo zu tun hast und dann hast du diesen Masterplan. Vielleicht wird sich bei dieser Recherche und bei dieser Prüfung auch herausstellen, dass der ein oder andere Vertrag mal unabhängig vom Thema Todesfall gar nicht mehr so rentabel ist, sich gar nicht mehr richtig lohnt und dem Zuge würde man das natürlich dann auch gleich mitprüfen können. Von daher, lass uns einfach gemeinsam deine Finanzen auf ein neues Level bringen. Ich freue mich, wenn ich dich dabei persönlich unterstützen darf. Also bis ganz bald, dein David.